Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Blas Unleashed und hallo und herzlich willkommen an alle PC-Spieler. Ja, ich habe gedacht, ich mache mal wieder so ein etwas aktuelleres Aufwert-Guide, also wie werte ich meine Sachen auf. Und da ist im Prinzip zu nennen, dass es zwei Händler gibt, die interessant sind. Einmal hier rechts oben im Banditenlager, dort könnt ihr halt hingehen und zum Beispiel auch noch hier so eine uralte Kiste finden, wenn ihr Glück habt. Ja, und da ist so ein Typ drin, der wertet eure Sachen auf. Also es gibt ja zwei Verbesserer im Prinzip. Einmal den ganz gewöhnlichen, den meisterhaften gibt es nicht mehr, also gibt es nur noch den gewöhnlichen. Und einmal hier diesen unlizenzierten, also diesen Banditenverbesserer, wenn man so will. Und bei ihm ist es halt eben so, dass man dort eine, glaube ich, höhere Chance hat, dass es aufwerten gelingt. Allerdings kann er die Sachen komplett zerstören, also komplett löschen. Also macht das bloß nicht mit Dingen, die ihr wirklich tragen wollt oder so. Sondern es geht hier um dieses sogenannte Fail-Stacking, dass ihr halt zum Beispiel jetzt hier zu ihm hinlauft und einfach irgendwelche Gegenstände, die ihr nicht aufwerten wollt, bei ihm aufwertet in der Hoffnung, dass sie kaputt gehen oder dass er versagt. Dann seht ihr nämlich, dann kriegt ihr 5 oder 7,5% Chance dabei, wenn er es ganz kaputt macht. Das seht ihr jetzt hier. Und dann habt ihr zum Beispiel 12,5%, die ihr dann beim ganz normalen, gewöhnlichen Verbesserer eures Vertrauens dann einsetzen könnt, um Gegenstände, eure S-Waffen, eure A-Rüstung oder was auch immer, irgendwas aufzuwerten mit einer höheren Wahrscheinlichkeit. Das seht ihr jetzt hier. Ich bin dann hier zum gewöhnlichen Verbesserer wieder hingelaufen. Ihr seht es, ich habe noch die 12,5% Verbesserungschance und habe das dann in irgendwelche Dinge hier investiert. Weiß ich schon gar nicht mehr. Ihr seht es ja. Ja, da habe ich dann einfach irgendwelche Dinge dann mal hochgedrückt und habe dann auch mal gezeigt, wie es ist, wenn man halt eben ohne dieses Fail-Stacking das macht. Ich glaube jetzt hier beim ersten Mal hat es sogar gar nicht geklappt. Ja, und da seht ihr, da wird einfach die Chance weiter dazu addiert. Also diese übergeordnete Chance auf, ja, also die Erfolgschance praktisch ist völlig unabhängig, auf welchem Gegenstand ihr das genutzt habt. Ihr könnt es einfach auf allen möglichen Gegenständen dann weiter nutzen. Seht ihr auch jetzt hier zum Beispiel, jetzt ist es mir immer gelungen. Also ich denke, es ist so klar geworden. Ihr könnt das genauso auch hier bei ihm natürlich machen. Ihr könnt auch bei ihm, er hat ja generell eine etwas schlechtere Chance, könnt ihr auch irgendwelche schwächeren Gegenstände einfach versuchen hochzuziehen. Und dann bekommt ihr halt immer diese 2,5% Chance dazu. Und dann könnt ihr euch auf 2,5, 5, 7,5 und so weiter dann halt eben hochdrücken. In Folge 210 habe ich das noch ein bisschen genauer erklärt. Also 210 könnt ihr mal vorbeischauen. Dort kann es sein, dass da noch der meisterhafte Verbesserer im Spiel war. Sie haben das alles schon wesentlich, sage ich mal, vereinfacht. Das war alles mal wesentlich komplizierter. Also im Prinzip zu merken, es gibt diesen Banditenverbesserer. Dort können Gegenstände komplett geschrottet werden. Dafür kriegt ihr aber als Gegenleistung praktisch eine höhere Chance, die ihr dann beim gewöhnlichen Händler halt hier gewöhnlichen Verbesserer dann eben einsetzen könnt. Was noch wichtig zu wissen ist, ist auch anders, als es früher mal war. Wenn die Gegenstände beschädigt sind, haben sie trotzdem noch volle Werte. Sie müssen dann nur mit einem gewissen Reparaturtool dann wieder repariert werden. Diese Reparaturtools, das seht ihr gleich auch noch im Video, gibt es bei der reisenden Händlerin, die in allen möglichen Städten zu finden ist, zu kaufen für, glaube ich, Gold und Starseeds und so ein Kram. Ja, oder hier in Artefakt-Charts oder Artefakt-Cores oder wie die Dinge heißen. Ja, das seht ihr halt jetzt gleich. Oder ihr könnt sie im Auktionshaus kaufen, die Reparaturtools. Manchmal gibt es sie auch im Blesspass oder bei irgendwelchen Quests oder so. Ja, müsst ihr einfach mal ein bisschen die Augen aufhalten, ein bisschen zocken. Aber hauptsächlich kommen sie eigentlich aus dem Auktionshaus und von der reisenden Händlerin. Hauptsächlich, sage ich mal. Wie gesagt, das gibt es manchmal auch noch an anderen Stellen, aber eher seltener. Wie gesagt, Blesspass oder irgendwelche Events oder so. Hier seht ihr dann die reisende Händlerin, hier steht sie rum. Und da gibt es dann für alle möglichen, sage ich mal, Gegenstände, dann halt eben die entsprechenden Reparatur-Kits. Das wird auch rechts angezeigt. Ich glaube, ab Legendaire 1 kann überhaupt ein Gegenstand erst beschädigt werden. Das habt ihr vielleicht eben im Video auch gesehen. Also ihr könnt da grün und blau und was weiß ich, könnt ihr alles hochdrücken, ganz normal. Und dann, wenn es golden wird oder gelb oder was das ist, dann könnt ihr, ja, dann halt die, dann kann so ein Gegenstand beschädigt werden. Und dann braucht ihr halt eben so ein gewisses Reparaturtool. Ich werde es euch jetzt wieder hier ins Video reinschneiden. Und ihr habt es ja dann jetzt auch gesehen, dass diese Gegenstände dann nicht an Wert, an Rüstungswert oder Angriffswert oder sowas verlieren. Ja, mehr ist eigentlich gar nicht zu sagen. Die Dinge muss man wissen. Viel mehr, denke ich, muss man nicht wissen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder ich irgendwas vergessen habe, schreibt es gerne in die Kommentare. Wo bekommt man vielleicht noch Reparatur-Kits her? Das habe ich vielleicht jetzt nicht ausreichend beantwortet. Vielleicht gibt es da noch Wege, die ich jetzt vergessen habe. Das kann gut möglich sein. Ja, und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem Game auf dem PC, PlayStation, Xbox. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.